Unvergessliches Erlebnis. Touristen beobachten die Grauwall Geburt. Eine Gruppe Whale Watcher hat vor der kalifornischen Küste ein spezielles Naturspektakel erlebt. Eine Grauwall Mutter hat ihr Kalb vor den Augen der erstaunten Touristen geboren. Die Grauwall sind von Natur aus neugierig und kommen das Boot immer wieder näher. Ein solches Schauspiel ist aber selten. Die Grauwall Kälber sind um die 4,5 Meter lang und bis zu 900 Kilogramm schwer.